Ja, herzlich willkommen bei Mediatom Bauer aus Bittigan-Bissingen. Mein Name ist Jürgen Bauer und ich möchte Ihnen heute eine Weltneuheit zeigen. Etwas, was Sie noch nicht gesehen haben, nämlich von der Firma Samsung das Produkt The Frame. Es ist ein elektronischer Bilderrahmen, den Sie bereits im Hintergrund sehen. Sie haben verschiedene Bilder da. Hier ist er. Und das Schöne ist, Sie haben die Auswahl, die eigene Auswahl der Bilder, die Sie hier anzeigen können. Zum Beispiel Ihre eigenen Bilder, die Sie auf dem Smartphone haben. Oder die Firma Samsung bietet Ihnen über 100 Bilder an von bekannten Künstlern. Zum Beispiel hier im Hintergrund die Namibia Elephants von Scott Ramsey 2014 gemalt. Schaut sehr schön aus, mit einem Passpartout dazu. Und Sie können ihn fast nicht von einem echten Bild unterscheiden. Oder Sie wählen den Kunstshop. Das ist auch eine fantastische Idee, wo Hunderte von Bildern nochmal da sind. Da finden Sie bestimmt etwas, was Ihnen auch gefallen wird. Schön ist auch, oder die Idee ist auch toll, dass man den Rahmen auswechseln kann. Das heißt, die sind hier magnetisch fest oder hält sich magnetisch fest. Das ist zum Beispiel Walnuss. Dann haben wir hier noch ein helleres Holz. Das nennt sich Beige. Und wir haben auch die klassische Farbe Weiß. Oder man kann es sogar lackieren lassen. Und das setzt man dann hier an. Und schon ist der Rahmen dran. Und man hat einen weißen Rahmen, der vielleicht passend zu den anderen ist. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Jetzt fragen Sie mich, was ist jetzt da so besonders toll dran? Was ist denn jetzt da? Die Weltneuheit, elektronische Bilderrahmen gibt es doch schon länger. Richtig. Aber jetzt kommt es ja. Das ist eine Fernbedienung. Und wenn ich auf diese Fernbedienung draufdrücke, dann wird aus dem elektronischen Bilderrahmen ein UHD-Samsung-TV-Gerät. Verblüfft? Ich war total begeistert. Als ich das in Berlin gesehen habe, dachte ich, das braucht die Welt. Unser Problem ist doch immer, oder nicht unser Problem, aber allgemein, man kommt ins Wohnzimmer und hat einen schwarzen Bildschirm dort. Das haben Sie nicht mehr. Der ist vorbei. Da gibt es einen kleinen Bewegungsmelder hier unten. Der G, der macht das Bild aus, wenn Sie den Raum verlassen. Und bevor jemand reinkommt, zugleich am Anfang, zack, ist das Bild wieder da. Und niemand sieht ein TV-Gerät. Toll? Ich finde es klasse. Den gibt es in 43 Zoll, in 55 Zoll und in 65 Zoll. Und aufstellen, man kann ihn an die Wand hängen, man kann ihn mit Füßen aufstellen und man kann ihn auch auf eine Staffelei stellen. Das ist natürlich toll. Und jetzt kommt das Allerallerbeste. Den kann man praktisch mit einem Lichtleiterkabel nur verbinden. Also das sind jetzt nicht HDMI-Kabel und so weiter, sondern die Signalübertragung findet nur über ein kleines Lichtleiterkabel ab, sehr dünn. Und die Connection-Box, das zeige ich Ihnen dann gleich noch, da können Sie dann Ihre Antennen anschließen, Festplatten, Sky-Karte und was man alles so braucht. Und das ist dabei mit 15 Meter Länge. Somit kann man diesen Bilderrahmen schön positionieren und die Elektronik ganz woanders aufstellen. Tja, das ist die Weltneuheit, die gibt es bei uns hier in der Gustav-Raus-Straße 1 zu sehen. In der ganzen Facette, alle Geräte sind da, können Sie sich überzeugen. Preis, sage ich Ihnen, wenn Sie vorbeikommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Ja, noch eine kurze Anmerkung. Es wird fünf Veranstaltungen in Deutschland geben und die erste wird bei uns stattfinden kommenden Donnerstag, den 12.10. um 19.30 Uhr. Wenn Sie Zeit und Lust haben, mehr über das Thema The Frame mitzubekommen oder anzuhören, dann melden Sie sich bitte unter Veranstaltungen at mediatom-bauer an. Wir würden uns sehr auf Ihr Kommen freuen. Danke.